So und solange wir jetzt auf den Sirup warten möchte ich euch mal zwei Bücher vorstellen und zwar von der Kräuterfee Doris. Vielleicht kennt ihr jemand schon. Wer sie nicht kennt sollte auf jeden Fall mal auf ihrer Facebook Seite schauen. Den Link zu der Facebook Seite poste ich unten in die Kommentare. Schaut doch mal rein. Da gibt es, also die stellt vieles aus Kräutern her und hat jetzt diese beiden Bücher gemacht und macht auch vieles mehr wie Kräuterkissen, halt alles aus Kräutern. Schaut es euch an. Geht auf die Facebook Seite. Wie gesagt, das lohnt sich echt. Ich bin schon ein richtiger Fan von ihr. Und zu den Büchern jetzt. Alles einmal ein kleines Kinderbuch. Das ist die kleine Kräuterfee Marinella. Entdeckt die Welt der Wildkräuter. Also ich finde das Buch ist sehr schön gemacht. Es handelt um eine kleine Kräuterfee, die über die Wiese spazieren geht und dann zahlreiche Freunde, Tiere findet, die sich in irgendeiner Art verletzt haben oder wehgetan haben. Die heizt ihr damit, mit den Kräutern, die gerade da sind auf der Wiese. Also ich will aber jetzt nicht zu viel verraten. Schaut es euch einfach an, das Buch. Für Kinder ist es sehr schön gemacht. Schön mit bemalt. Also ich finde das Buch klasse. Und ich hoffe, dass es davon auf jeden Fall noch einen Teil 2 und Teil 3 geben wird und auch mehr, die ich dann auch noch holen werde. Ja, zu dem, das war das Kinderbuch. Dieses Buch werden übrigens meine Kinder zu Weihnachten und kriegen. Deswegen habe ich es mal extra kommen lassen. So, das zweite Buch. Das ist die Kräuterfeebe von der Kräuterfee Doris. Auch ein sehr interessantes Buch, was ich auf jeden Fall haben wollte. Und zwar geht es da oben. Die Kräuterfee Doris stellt sich darin erstmal vor. Dann erklärt sie, wie man sammelt und tut. Und was man zu beachten hat, werden die Kräuter alle beschrieben. Die Geschichte zu den Kräutern. Was man raus machen kann. Rezepte. Und eigentlich die Kräuter, die heimischen Kräuter, die jeder zu Hause findet oder wenn er spazieren geht. Ja, und. Also ich finde das Buch hilfreich. Ist auch gut für unterwegs, wenn man mal spazieren geht und dann findet man was am Rand. Man kann mal eben gucken, was ist es. Also sehr zu empfehlen, dieses Buch. Hoffe ich auch, dass da noch andere kommen mit weiteren Kräutern. Und ich zeige mal, so sieht die Kräuterfee Doris aus. Wie gesagt, bestellt euch. Ich kann es sehr empfehlen. Und ich zeige euch auch an Flyer. Also sie macht sehr viel. Schaut es euch bei Facebook an. Ist einiges bei hier zu erwerben. Ich weiß nicht, ob man sieht. Hier zum Beispiel die Kräuterkissen. Und. Naja, es ist lohnenswert. Geht auf ihrer Facebook-Seite. Den Link schreibe ich unten rein. Schaut es euch an. Und bestellt fleißig, weil die Produkte von hier sind einfach super. Und ich werde auch da dranbleiben. Und die macht uns nur Bücher. Sie macht auch über über Portees. Die macht alles. Gewürze. Alles selber. Und verkauft das. Schaut rein. Das wollte ich jetzt nur mal noch ein bisschen vorstellen. Weil ich das jetzt gerade dann zugeschickt bekommen habe. Und schon durchgeschaut habe. Also sehr empfehlen. Jetzt zu unserem Sirup. Da steht er jetzt schon ein paar Minuten, wo ich das Buch vorgestellt habe. Und in dem paar Minuten hat sich schon Saft gebildet. Das ist jetzt nicht. Deswegen kippe ich den jetzt einfach mal jetzt mal die Ruppe. so dass man es sieht. So. Und dieser Saft ist das Ergebnis von fünf Minuten. wo es ungefähr gestanden hat. So gelblicher Saft. Mal wieder dabei. Also geht relativ schnell. Das wäre jetzt schon ein Teelöffel ein bis zwei Teelöffel. Das ist jetzt schon. Was da drin ist. Die würden schon für einmal einnehmen reichen. Ja, wie nimmt man den jetzt dann ein? Man nimmt also nicht Teelöffel, Esslöffel. Man mit ein bis zwei Esslöffel. Und den kann man eigentlich des Öfteren nehmen. Ich mache das bei meinen Kindern immer so. Morgens, mittags, abends. Ja, inwiefern ist der haltbar, der Saft, wenn der hinterher fertig ist? Im Kühlschrank circa eine Woche, länger nicht. aber so lange hält er dann auch gar nicht. Und danach dann wir frisch machen, also aufbrauchen und danach frisch machen. Sollte er den auch nicht länger wie eine Woche stehen lassen. Ja, wie ihr seht, ist es einfach schnell und schnell. Das Ergebnis. Kann sich auch sehen lassen. Er riecht, der Saft, er riecht etwas nach Zwiebel. Also etwas, er riecht stark nach Zwiebel. Aber er schmeckt gar nicht nach Zwiebel. Er schmeckt einfach nach Bonnig. Nach ganz leichter Zwiebelgeschmack ist da. Aber ganz wenig. Gut, der Nachteil dahinter natürlich ist, die Kinder ein ansprechen. Die riechen den ganzen Tag nach Zwiebel. Aber es sollte ja kein Problem sein. Hauptsache sie werden gesund. So, und das gleiche Prinzip kennt glaube ich auch jeder. Mit dem Spitzwegericht. So, statt Honig. wird Zucker genommen. Dann wird Zucker ins Glas gefüllt. Ich werde das mal jetzt hier in den Zwiebeln leeren. Ungefähr so viel Zucker. Ne, erst kommt Spitzwegerich rein. Zucker drauf. Dann wieder eine Schicht Spitzwegerich. Dann wieder Zucker drauf. Dann wieder eine Schicht Spitzwegerich. Dann wieder Zucker drauf. Bis das Glas voll ist. So, das stellt man dann in einem warmen, sonnigen Platz. Also sonnig ist ja jetzt im Moment schlecht. Also nah an Heizung. Und das sollte dann ein paar Tage stehen bleiben. Und dann hat man einen braunen Hustensirub. Ich habe den schon gemacht. Der hält sich dann auch etwas länger. Ich habe den hier in den Flaschen abgefüllt. Davon habe ich etliche. Ich habe im Wintervorrat schon damit aufgefüllt. und der schmeckt auch sehr gut. Er ist dann halt mit Zucker gemacht. Ist auch so dickflüssig wie Hustensaft halt. Schmeckt nach Hustensaft. Und ja, ich nehme die Kina auch gerne. Komplett chemiefrei. Alkoholfrei. Ich denke gesünder wie der Saft aus der Apotheke alle malen. Ja. Gut. Jetzt sieht man der Saft. Gut. Ich zeige es hinterher noch mal das Gesamtergebnis. Wenn ich es abfülle. Wie gesagt, man kann es ruhig jetzt in dem Glas mit dem Honig bis morgens stehen lassen. Also so über eine Nacht stehen lassen. Man kann es auch ein paar Tage stehen lassen. Je mehr Saft kommt raus. Irgendwann merkt man, dass kein Saft mehr rauskommt. Dann war es das dann auch schon. Dann noch einen kleinen Tipp. Die Zwiebeln mit dem Honig braucht man nicht wegtun. Ich brate die dann immer danach noch an. Und die schmecken dann sehr gut. Diese süßen Zwiebeln. Kleinen Tipp bevor man sie wegschmeißt. Man kann sie dann auch gut im Salat machen. Aber ja, haben wir auch schon öfter gemacht. Und komischerweise essen dann auf einmal die Kinder Zwiebeln. Bei uns sind es so, die Kinder essen keine Zwiebeln. Wobei wo Zwiebeln sind, war da sind Zwiebeln drin. Das mag ich nicht. Und komischerweise diese Zwiebeln im Salat, die essen sie. Kleinen Tipp dabei. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, klickt den Daumen nach oben. Abonniert mich. Schreibt mir Kommentare rein. Unten in die Kommentare. Und naja, besucht auf jeden Fall Kräuterfeldoris auf ihrer Facebook-Seite. und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Schon gesagt, die brauchen wir ja nicht mehr warten, bis das fertig, richtig fertig ist. Also es wird eine größere Menge raus, wenn man Saft und ihr habt es ja jetzt gesehen. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Video. Sonnenblume, Rosenblätter, Rosmarin und Lamm, Wundersträuche, Lavendelbüsche, Hagebutten, Strauch, Kirschen, Äpfel, Haselnüsse, und ein Pfirsichbaum. Melissenblätter, Tomatenpflanzen, Kohlgemüse auch. All diese Köstlichkeiten stehen hinter meinem Haus. Kommt der erste Sonnenstrahl, muss ich gleich hinaus. Mein kleiner Garten hat ein ganz besonderes Gesicht. Es strahlt jeden Tag für dich und mich.